Begreifst du Idioten nicht, dass ihr Idioten nicht seid, warum ich hier rumschreie? Ihr seid der Grund für diese Scheiße hier, nicht ich? Gehör dann auf, was machst du denn? Warum bleibt er da an der einzigen Kante, wo er mal kleben bleiben soll? Damit er hochrennen kann, da bleibt er nicht kleben. Aber wenn man hochchumpt, dann bleibt er hängen. Also da so runter, dann da lang. Hier und da, da und da, dann nach rechts, dann da und da nach links, dann nach rechts und dann da hoch. Hallo? Hallo? Was ist das denn jetzt für eine Scheiße gewesen? Und ich warte zu langsam. Okay, hier durchs Wasser. Okay, das ist eine harte Strecke. Ach Mist. Ach Mist. Okay, aber sie ist, ach da wäre es sogar was zum Festhalten gewesen. Verdammt. Okay, kann ich wahrscheinlich schon vergessen. Ach. Ach so, Scheiße. Man muss die auch noch eins setzen. Hey. Ach, eine Sekunde. Eine Sekunde. Naja, ich hätte da aufpassen müssen. Ich hätte nicht getroffen werden dürfen. Mist, ich bin wieder falsch geflogen. Okay, vergiss das jetzt. Keine Schulter vergessen. Was zum... Warum bleibt ihr jetzt an der Scheiße hängen? Nein. Ich bleibe an der verfickten Wand hängen. Ach komm, leck mich doch. Warum bleibe ich jetzt an der Scheiß Wand hängen? Oh, ich bin tot. Dieses Video geht mir auf die Nerven. Ich habe es doch einmal gesehen. Ich brauche es doch keine 20 mal sehen. Ja, nee, ist klar. Ja, nee. Leck mich doch, Alter. Die ganze Zeit schaffe ich die Passage perfekt. Und dann lande ich tausendmal in den blöden Stacheln. Nein. Dieser verkackte Rückstoß, ne? Was ist das? Ach, leck mich doch. Ja, ich habe das Video zum tausendsten Mal jetzt gesehen. Leck mich doch. Mann, sowas regt mich auf, Alter. Komplett unnötig, sowas tausendmal zu machen. Ja, nö, ist klar. Ach komm, leck mich doch. Ja, ich will das Video nicht sehen. Brauche ich nicht. So, wo lang muss ich denn da? Da so runter. Das war jetzt klar, dass man da so einmal außenrum muss, ne? Hä, was war das? Wieso? Also, wenn er mal hängenbleiben soll, ne? Bleibt er garantiert nicht hängen. Ja, interessiert mich nicht. Jetzt geht es wieder los. Wenn ich dem scheiß tausendmal die Nachrichten schaue. Ja, super. Ein bisschen unfair ist es aber auch, ey. Was zum, was zum, warum, warum, warum ist der nicht hängen geblieben? Warum nicht? Warum ist er, beziehungsweise, warum ist er da jetzt hängen geblieben? Warum ist er nicht einfach weitergerannt? Manu, Drecksvieh. Es hat so gut angefangen. Ja, leck mich. Dieses Video gedönst du die ganze Zeit. Da sollten die wirklich jemals irgendwann einen dritten Teil machen, was ich ja schon hoffe. Auch wenn ich es für unwahrscheinlich halte. Mann! Leck mich. Dann hoffe ich, dass die diesen Scheiß da rausnehmen. Dass man das alles tausendmal anschauen soll. Leck mich. Leck mich einfach nur. Ein verfickter Fehler reicht, dass man keine Chance mehr hat. Komm, du kannst mich mal. Hallo, ich habe auf den verdammten Neustart gemacht. Jedes Mal bleibt er an der Scheiße hängen, anstatt dass er da drauf springt. Ich verstehe es nicht. Ich lande so perfekt. Was hat das denn für eine Kacke da? Ja, nee, ist klar. Ja, nee, ist klar. Warum ist das nicht perfekt getimt, Alter? Wieso kann ich nicht von einem direkt aufs nächste springen? Normalerweise müsste das doch gehen. Das ist so beschissen gemacht teilweise. Ich werde ja jedes Mal an dieser Scheißkante hängen. Leck mich doch, ey. Wieso komme ich nicht auf diesen Scheißdruck drauf? Und... Video, 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 Video. Ich will das nicht sehen. Ich will direkt loslegen können und direkt weitermachen können. Das bremst so scheiße aus, das Video. Jetzt bleibe ich an der Kante hängen, die gar nicht existieren dürfte. Was ist das denn? Genau. Was ist das denn für eine kackige Scheiße da? Ja, ich habe das Video zum milliardensten Mal jetzt gesehen. Ich will nicht das Video sehen. Ich will da weitermachen können. So stelle ich mir... Was dumm? Boom, der wird ja an der Kante hängen. Was dumm? Wie ist das denn? Macht der so eine Scheiße? Mann, ey. Ist ja nicht so schön gewonnen. Dreckiger, elendiger, verfickter, hässlicher Bastard von einem Scheißdreckhaufen. Was ist das denn? Warum bleibt der bei so einer verfickten Kante hängen? Woher überhaupt nicht... Wo ist das... Exempliert gar nicht. Und ich will ja diese Scheiß-Videos sehen. Kann mir jemand verraten, warum ich jetzt diese Scheiße da mache? Okay, leck mich. Warum habe ich jetzt diesen Scheiß-Sprungknopf da benutzt? Ja, mach, henne. Bleib nicht mehr stehen. Ja, 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 ach, gerade, ach, gerade, du Hurensohn. Was war das denn? Was ist das immer? Was ist das immer? Wieso bleibt der dann an Kanten hängen, die überhaupt nicht existieren? Gerade, ey, da rück ich mich jetzt gleich richtig auf. Ich bin nicht an irgendwelchen Kanten hängen, die überhaupt nicht nötig sind. Wenn er mal hängen bleiben soll, bleibt das garantiert nicht... Was zur Hölle? Blöder Hurensohn! Leck mich doch am Arsch! Mann, Arme, bleib ich... Ich bleib tausendmal an einer Stelle nicht hängen. Und dann beim tausendseinten Mal bleib ich genau an der Kante hängen, an der ich vorher nicht hängen geblieben bin. Ja, schon wieder! Da kann ich die überhaupt nicht existieren, an der ich überhaupt nicht hängen bleiben dürfte. Oh Mann, und dann bleib ich wieder da hängen! Das kann doch nicht sein! Da hab ich den Sprung viermal hintereinander hingekriegt, ohne einen einzigen Zucker dazu haben, wo der nicht hinhaut. Tut mir leid, dass ich da so ausraste immer, aber sowas regt mich einfach auf. Er bleibt dann an der Kante hängen, an der er nie hängen bleibt. Und dann bleibt er hängen. Wenn es einmal um die Zeit geht. Ah, das ist scheiße. Das heißt aber, dass wir die letzten Rennen auch gar machen müssen. Oh je, da werde ich mich wieder aufregen. Nach Neffiker kann die Strecke echt nicht sein, wahr? Höh! Ich hab meine Fähigkeiten gar nicht! Okay, dann muss ich's gleich nochmal starten. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass ich meine Fähigkeiten hab. Hey, was war das hier jetzt in der Aktion? Hallo, was soll das jetzt denn scheiß werden hier? Das Geile ist, dass ich mich natürlich auch nicht konzentrieren kann, weil irgendwelche Vollpfassenschilder auf meinem Haus rumstehen und rum mit Nerven. Hey Mann! Ich hab keinen Bock, aber hilft ja nix. Andererseits, wir sind hier in einem der ersten Gebiete. Da ist das wirklich so kurz, das Rennen. Ja. Okay, da muss ich mich jetzt erst dran gewöhnen. Weil ich meine Fähigkeiten ja nicht hab. Normalerweise kann ich ja solche Abstände teilweise komplett überspringen. Wenn er wieder das Spiel abschmiert, das ist heute das dritte Mal. Was ist denn da los? Ey, ohne Scheiß, gleich kriege ich einen Anfall. Das ist jetzt das dritte Mal heute. Was ist denn heute für... Hab ich wieder heute ernsthaft so einen Scheißtag? Andererseits, ich bin mit Schmerzen im Arm und mit Nackenschmerzen aufgewacht. Meistens ein schlechtes Zeichen. Mist! Aber das war schon besser. Deutlich besser. Die Strecke ist ja echt nicht lang. Das sollte man sich eigentlich merken können. Wenn man ja nicht die ganze Zeit so dumm ist wie ich. Schade, dass man den anderen Geist hier leider nicht behindern kann. So! Ich hasse es. Es ist jedes Mal dasselbe. Ich bleib immer an den Scheißprüfungen hängen, weil ich dieses an den Wände kleben anhab. Ja, nee, ist klar. Ja, ich hab's zum 10. Mal gesehen. Dankeschön. Ja. Ja, nee, ist klar. Leck mich doch am Arsch, ey. Mann, die ganze Zeit schaffe ich... Das ist jetzt wieder einer dieser Tage, wo ich richtig abgehe gleich. Ach, Mann, ey! Die ganze Zeit schaffe ich den Sprung. Jetzt schaffe ich ihn nicht. Leck mich doch, ey. Jetzt kommen wir schon am 1. Punkt nicht weiter da. Gleich richtig... Das ist nicht richtig aus. Hä? Jetzt, wo ich's gebrauchen hätte können... Mann, jetzt bin ich's ja mal gewohnt, dass das nicht an ist. Jetzt, wo ich das an der Wand kleben, gebrauchen könnte, wisst ihr? Leck mich, leck mich, leck mich, leck mich. Mann! Jetzt hab ich gedacht, ich kann mich da hinziehen, aber nee, das ist ja was, wo man rauszieht, nicht hinzieht. Tja, das wird nervig. Hä? Ach, da kam man so hoch, okay. Wusste ich jetzt nicht. Ja, das muss man jetzt halt erst wieder üben, ne? Boah, ich mag Tiere nicht, ey. Dass man das Video sich immer wieder anschaut, nervt mich sowas von. Ich hab's doch beim ersten Mal gesehen. Wenn ich's nochmal sehen will, kann ich's mir ja vom Ding holen. Immer und immer wieder. Mann, ist das nervig. Was war das jetzt für ne Aktion? Ey, was ist denn jetzt? Rainer, konstituier dich mal. Das kann ja nicht sein. Okay, aus irgendeinem Grund hat er den jetzt nicht registriert. Ich weiß nicht, warum nicht. Boah, kann man jetzt ausmachen, dass das Video immer wieder kommt. Das nervt. Hä? Wieso geht das nicht? Braucht man sich ja wundern, dass ich mich die ganze Zeit aufregel, wenn das nicht funktioniert, ey. Hä? Was ist denn das gewesen? Wieso hat er nach halben... Nach der halben Zeit den Boost aufgegeben? Und jetzt hat er sich nicht an der Wand festgehalten. Warum auch immer? Oh, der Klebeding ist doch an. Warum geht das nicht? Jetzt geht's. Kapiert nicht. Verdammt, warum bleibt er an irgendwelchen Stellen hängen, wo er nicht bleiben soll? Und warum schießt er... Wenn er mal quer schießen soll, schießt er garantiert gerade. Ja, nee, ist klar. Und wenn er mal nicht gerade schießen soll... Mach mal hinne! Keine Chance, Alter. Der rennt da nicht richtig, wie er soll. Warum macht er das nicht? Mach halt, was ich dir sag. Was ist denn da so schlimm dran? Ja. Warum auch immer der so quer fliegt. Und immer wieder das Video und Video und Video. Nervig. Ja! Der bleibt immer da hängen, wo er nicht hängen soll. Und meine Stimme geht mir gerade auf die Eier. Warum kann meine Stimme nicht vernünftig sein da? Mann. Ja, Mann. Ey, der kriegt das nicht auf die Kette. Jedes Mal bleibe ich an der verpackten Ecke hängen. Jetzt hat er den falschen Bus gemacht. Oh, Mann. Du antwortest halt fast nix auf nix. Ich habe auf alles geantwortet, was ich geschrieben habe. Nur mal so als Info. Ich reagiere halt nur nicht sofort, weil ich halt auch am Gaming bin. Ihr könnt ja da warten von mir, dass ich... So 100%... Was zum... Wieso hat er jetzt gedasht? Leck mich doch, leck mich doch. Rainer, konzentrier dich. Nicht daschen. Ey, Mann, Alter. Entweder er springt nicht hoch genug, oder er bleibt an der einen Kante hängen. Warum bin ich jetzt da hängen geblieben, hä? Ey, ganz ehrlich, ne? Egal, was man macht. Es ist immer die falsche Stelle. Und wenn meine Stimme noch mehr kratzt, dann werde ich gleich richtig aggressiv. Ja. Ne, ist klar. Mann, Alter. Warum macht der nicht, was ich sag? Der hört da drauf. Was machst du denn? Warum bleibt der da an der einzigen Kante, wo er mal kleben bleiben soll? Damit er hochrennen kann. Da bleibt er nicht kleben. Aber wenn man hochchumpt, dann bleibt er hängen. Ja, nee, ist klar. Komm, leck mich doch, Alter. Ich werde gleich richtig aggressiv. Wer schreibt mir denn jetzt schon wieder auf WhatsApp, Mann? Ich könnte mich nicht in Ruhe lassen, wenn ich streame. Mann, der Gegner macht halt echt keinen Fehler, ne? Ich komme da auch gar nicht hoch genug hin. Leck mich doch am Arsch, du dreckig. Ich habe das scheiß Schwunen zum Spiel. Ach du Hulle, wer rauf geht? Was ist denn dauernd? Jetzt, warum? Wieso hat er nicht gedashed, Alter? Warum? Mal, Alter, ich schaffe ja nicht einmal die scheiß... Leck mich doch einfach nur. Leck mich doch einfach nur. Ich will das halt wieder nicht dauernd sehen müssen. Warum ist der nicht gesprungen? Warum ist der nicht gesprungen? Ich checke es nicht. Wieso springt der nicht, wenn er springen soll? Ich hämmer den A-Button nur so. Ich versuche das Rennen einfach nur zu beenden und hoffe, dass es einfach reicht. Ja, leck mich. Komm, leck mich, Alter. Jetzt hoff ich dir da nicht in diesen Scheiß-Laber rein. Es reicht ja nicht mit diesem Scheiß, dass der keinen Fehler macht. Nein. Es muss ja auch noch die ganze Zeit diese andere Scheiße passieren. Jetzt habe ich die perfekten falschen Knopf gedrückt, Alter. Mann, Video. Ich interessiere mich nicht für das Video. Ich will, dass es startet, damit ich das hunderttausendmal schnell probieren kann. Und nicht, dass ich da tausendmal rein und her... Was zum? Ich habe da fünfmal auf den Button gedrückt, dass du das einmal registriert. Was ist denn da los? Ja, komm, leck mich, Alter. Ey, ganz ehrlich, ne? Was zum? Wink du? Was ist das für eine Scheiße? Vielleicht gleich richtig aggressiv, Alter. Es sind schon wieder acht Leute hier. Das kann doch nicht sein. Was ist denn da los? Hä? Was war denn das? Der hat ja vor den Frühstarten hingelegt. Mir reicht. Ich mache jetzt... Ich habe keinen Bock mehr. Ich mache das jetzt nur. Ich hoffe, dass das auch funktioniert. Mit dem Prozent, ne? Solange ich ankomme. Das ist mir jetzt alles zu blöd gerade. Genau. Ich lande genau auf der Blase in der Sekunde, in der sie platzt, Alter. Mann, Alter. Es ist ja nicht schon schwer genug, da überhaupt hinterher zu kommen mit diesem kleinen Bastardviech, ey. Aber nee. Man muss ja auch noch immer gleich diesen anderen Scheißdreck alles hinkriegen. Was zum? Wieso hat er jetzt... Was zum? Bist du? Mach dir einen Dash. Ich will keinen Dash. Geh jetzt da hoch. Wie er aber auch an der verkackten Ecke hängeln bleibt, Alter. Bitte sag mir, dass das reicht. Es reicht nicht. Man muss das wirklich... Diese Rennen sind ja nicht schon nervig genug. Nein, man muss die auch noch schaffen. Warum hat er nicht gleich angegriffen, Manno? Komm, fick dich, Alter. Controller. Geht mir richtig auf die Eier gerade. Was soll das, Alter? Was ist das für ein Angriff gewesen? Was war das für eine Aktion, Alter? Ja, es war leider schon zu viel. Gleich reiß ich jetzt irgendeinem den Kehle aus dem Hals. Was ist das? Was ist das? Was soll das? Warum geht er jetzt an dieser Scheiß nächste Runde? Super. Jetzt habe ich so einen Scheiß-Button da die ganze Zeit im Sichtfeld. Leck mich, Alter. Man, warum macht er diesen Angriff manchmal? Immer nicht. Leck mich, leck mich einfach nur. Leck mich einfach nur. Warum macht er denn nicht direkt, wenn ich das drück? Der Controller, ich kriege gleich einen Anfall. Super, jetzt ist der Controller im Sack. Und mein Maus-Pad habe ich auch gestruttet. Na, tolle Wurst. Warum? Jetzt bleibe ich an einer Kante hängen, an der ich noch nie hängen geblieben bin. Toll, jetzt fühlt sich der Controller natürlich scheiße an. Was ein anderer Controller ist. Was zum? Mann, Alter. Bleib doch mal an der Kante hängen, Alter. Was ist das denn für eine Scheiße? Ja. Der Controller funktioniert kein bisschen besser als der andere. Du blöder Hundesohn. Was ich mit dem Controller gemacht habe? Ich habe ihm auf den Tisch gedonnert. Oh nein, ich muss eine Wüste auch noch oder nicht machen. Wie ich da schon wieder gar keinen Bock drauf habe. Ey, das wird zu nervig. Oh Gott, das wird nervig. Okay, das wird ein Problem. Hä? Was ist das jetzt für eine Aktion gewesen? Was war jetzt das für eine Scheiße? Und da wundern sich immer alle, dass ich mich von... Hä? Der Controller geht, aber ich kann mich nicht bewegen. Was ist denn jetzt kaputt? Ich bin mir aber sicher, kriege ich einen Kollaps. Wenn das Spiel nicht abschmiert, dann kann ich mich nicht bewegen. Wenn ich mich bewegen kann... Okay, leck mich. Okay. Jetzt muss ich natürlich erstmal dazulernen, ne? Warum auch immer ich da jetzt hochgekommen bin, das ist wieder das gleiche wie vorhin mit diesen komischen Kugeln. Was zum... Das ist das, was jetzt eine solche beknackte Steuerung ist manchmal. Ich hab einen Neustart gemacht. Ach, Mann, ey. Warum kann ich jetzt einfach eine Fähigkeit haben? Warum macht der das einfach nicht? Okay. Ich probiere es anders. Weil so funktioniert es offensichtlich ja nicht. Ja! Nö! Nö! Hab ich es geschafft? Nein, ich hab es nicht geschafft. Oh, Mann. Aber so mach ich es. Was zum... Okay, leck mich. Ey, das mach ich mal, wenn er da manchmal rausgeht, ich könnte so kotzen. Ich hab eins runtergedrückt, aber ich geh aus irgendeinem Grund immer zwei zurück. Leck mich. Jetzt geht's da wieder los mit dem Kombinations-Scheiß-Dreck. Leck mich doch einfach nur am Arsch! Mann, Alter, ey. Es geht manchmal so oft so gut. Und dann ist es eine minimale Fehler, der einen zum Scheitern bringt, obwohl alles andere perfekt läuft, ey. Sowas kotzt mich an. Man kann ja nicht immer davon ausgehen, dass das alles so gut können. Ich bin jetzt schon mit uns an sich nicht so gut. Okay, leck mich. Leck mich. Leck mich. Wieso hat er das jetzt nicht gemacht, wie ich es wollte? Warum? Warum? Es hat auch so perfekt funktioniert die ganze Zeit. Jetzt geht's wieder gar nicht. Leck mich doch am Arsch! Ich muss den echt so mördermäßig reinhämmern, den Button. Dass der überhaupt nicht funktioniert richtig. Warum hat er nicht funktioniert? Jedes Mal, jedes Mal geh ich nach links. Du musst rechts hoch, nicht links. Du musst rechts hoch, nicht links.